Die Beta-Glucane Beta-Glucane ist nachweislich einer der wirksamsten Aktivatoren des Immunsystems. Es ist in den Zellwänden verschiedener Pilze und Bakterien reichlich vorhanden. Es bindet sich an die Immunzelle und weckt sie auf, wodurch das Immunsystem effektiver gegen eindringende Krankheitserreger vorgehen kann. Es spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer erlernten Immunität. Dies ist von nicht so unterschätzender Bedeutung, denn wir können nicht von Geburt an gegen Krankheitserreger immun sein, die wir nicht kennen und die sich erst später entwickeln werden. In früheren Jahrhunderten war unsere Umwelt voller Bedrohungen durch Bakterien und Viren und unser Immunsystem wurde ständig belastet. Dank ihrer ständigen Aktivität reagierte sie sofort und mit einem starken Gegenangriff. Heutzutage ist unsere pflanzliche Ernährung durch die Verbreitung von Pestiziden zu steril geworden und es lohnt sich, Beta-Glucane zu ersetzen. Ganoderma-Pilze enthalten sehr viel davon und ihr Verzehr hat keine bekannten Nebenwirkungen. Es lohnt sich, sie kontinuierlich zu verziehen, denn ihre Wirkung hält nur für die Lebensdauer einer einzigen Immunzelle an, etwa 48 Stunden.